Jeden Tag maximale Ergebnisse, die Zeit perfekt genutzt, ja das ist manchmal so ein bisschen Wunschdenken, aber mit Timeboxing kommt man da ganz gut hin, sich die Zeit einzuteilen. Timeboxing ist eine Technik, mit der du deinen Arbeitsalltag verändern kannst, die Art und Weise, wie du Prioritäten setzt, verändern kannst und damit natürlich auch hilft, jeden Tag als Erfolg zu verbuchen und auch klar zu haben, was habe ich heute eigentlich getan. Wenn du mehr darüber wissen willst, bleibst dran. Herzlich Willkommen bei Business of Balance, deinem Podcast für ein stabiles und ausgewogenes Leben im Business. Hier ist dein Host, Daniel Friesenecker. Herzlich Willkommen beim Business of Balance Podcast. Wenn du meine Kraftquellenmeditation noch nicht kennst, ab auf die Webseite, dort gibt es für 0 Euro eine Kraftquellenmeditation, die recht tief ins Unterbewusstsein wirkt, die dir dabei hilft, deine inneren Ressourcen auch ein bisschen ins Bewusstsein zu rücken, aber vor allem dich für den Alltag zu stärken. Das Ganze gibt es, wie gesagt, für 0 Euro. Es gibt ein Begleit-PDF mit ein bisschen Übungen dazu, wie du das noch besser integrieren kannst. Das heißt, etwas, was dich stärkt und dir im Alltag helfen kann, kann ja üblicherweise nicht recht verkehrt sein. Also ab auf Business of Balance und hol dir das Ding. Ja, reden wir heute über Timeboxing. Und Timeboxing ist eine Produktivitätstechnik, die man immer wieder einmal unterkommt. Und wenn ich dann so drüber nachdenke, jetzt auch tatsächlich nichts rasend Neues ist. Aus meiner Sicht, wenn du vielleicht die Pomodoro-Technik kennst, wo du in 25 Minuten Zeitabschnitten mit 5 Minuten Pausen arbeitest, ist es auch eigentlich eine Form, wie man sich Timeboxing stellen kann. Was ist Timeboxing? Im Wesentlichen schreibst du am Beginn des Tages zusammen, welche Dinge sind heute zu erledigen, wie viel Zeit nimmst du dir für jeden dieser Tasks und baust dir dann Zeitboxen in deinen Tag ein, um an diesen Tasks zu arbeiten. Das sind unterschiedlichste Dinge. Ich würde dir auch raten, private Dinge, persönliche Dinge hineinzunehmen. Gerade als Unternehmer-Selbstständiger hast du natürlich immer so ein bisschen das Thema, dass sich vor allem alles, was um Kunden und Aufträge und Erwerbstätigkeit sich dreht, natürlich so ein bisschen im Vorteil gerückt. Nur auf Dauer macht das natürlich auch keinen Sinn. Ich unterscheide für mich beispielsweise in vier Kategorien. Das eine ist die Angry Teddy, das ist mein Hauptunternehmen, wenn man so will. Das zweite ist Business of Balance, wo wir uns gerade sehen. Das dritte ist Privat. Privat meint bei mir auch alles, was Familie ist, alles was da durchaus auch Verantwortlichkeiten mit sich bringt. Also wenn ich mit meinem Sohn spielen möchte oder wir gemeinsam einen Podcast aufnehmen möchten, ich habe ja mit meinem Sohn gemeinsam auch einen Podcast, dann ist das eben was, was in Privat hineingehört. Und dann gibt es nur persönlich und persönlich sind tatsächlich dann die Dinge, die mich betreffen. In meinem Fall vor allem Dinge, die in der Achtsamkeit liegen, Meditation, Sport, alles was ich halt für mich tue, ist da drinnen. Und nach diesen vier Kategorien arbeite ich, die sind auch farblich kodiert. Also ich habe für jeden dieser Punkte eine Farbe zugewiesen. Und in meinem Kalender bzw. in meinen Timeboxing-Aufzeichnungen markiere ich auch mit diesen Farben und siehe, wenn zum Beispiel eine Farbe über mehrere Tage überhaupt nicht vorkommt, dass ich da möglicherweise gerade einen Bereich ein bisschen hinten anstelle. Da kann sich jeder natürlich ein bisschen selber überlegen, wie kann ich sowas umsetzen. Wichtig ist, wenn du sowas tust, ist, dass du natürlich die Zeit richtig abschätzt. Und auch das habe ich für mich gelernt, dass ich ganz oft dazu neige, Tasks zu unterschätzen und zu glauben, ich bin schneller, als ich eigentlich bin. Das hat vor allem auch dann in Hinsicht aufs Geschäft tatsächlich eine Auswirkung, weil wenn ich vorher schätze, ich brauche für einen Task zwei Stunden und verkaufe den um zwei Stunden, brauche aber vielleicht drei, dann ist irgendwie 50% an Zeit verschenkt. Das heißt, es hilft dir tatsächlich auch, ein bisschen klarer zu bekommen, wie lange brauchst du für was. Ja, und das, was du dann eben tust, ist, dass du am Beginn des Tages, ich versuche es üblicherweise am Abend vorher, dir überlegst, okay, was sind die Tasks des nächsten Tages, wie lange brauche ich dafür, was sind möglicherweise auch Termine, die schon gesetzt sind, also was kann ich eigentlich alles unterbringen und damit füllst du dann deinen Kalender. Bei mir ist es tatsächlich einfach ein Notizbuch, ich arbeite mit einem A4-Notizbuch, wo ich meinen Zeitstrahl reinmale und dann zuweise, um welche Zeit werde ich an welchen Dingen voraussichtlich arbeiten. Und ich habe da vor Jahren, und wenn du jetzt auf YouTube zuschaust oder auf Spotify, dann halte ich dir das jetzt kurz in die Kamera, aber wenn du nicht dabei bist, findest du den Link dazu auch in den Shownotes, eine Vorlage entdeckt, das ist der Emergent Task Planner. Und was mir an diesem Ding recht gut gefällt, ist, dass das ein bisschen Anleitung ist. Ich habe auf einer Spalte meine Tasks, die ich eintragen kann. Das heißt, die drei wichtigsten Tasks des Tages werden dort eingetragen und daneben sind Kästchen, die man anmalen kann und jedes Kästchen steht für 15 Minuten. Und so kann ich das mit bis zu neun Tasks, also die nächsten drei Aufgaben, die laut dieser Vorlage den Kopf freimachen sollen, oder habe ich mehr als sechs wichtige Tasks, kann ich die eintragen, wo schon der Hinweis ist, naja, das könnte etwas knapp werden heute und dann noch die Möglichkeit, eben Notizen zu hinterlegen, wo ich bis zu 38 Tasks auf diese Vorlage draufbringe. Ehrlicherweise, das wirst du wahrscheinlich nicht unterbringen im Normalfall. Ja, und auf der anderen Spalte, der kleineren Spalte, haben wir tatsächlich den Tagesablauf, wo ich dann einfach diese einzelnen Nummern mir eintragen kann, mir eintragen kann, wann beginnt mein Arbeitstag, wann endet mein Arbeitstag. Und das Schöne ist, es ist dann tatsächlich nach insgesamt spätestens vier Blöcken ist eine längere Pause von einer Stunde schon im Plan eingetragen. Das heißt, das Ding denkt auch an Pausen. Und ich finde das recht hilfreich, ich nutze diese Vorlage immer dann, wenn ich merke, ich habe Bedarf an sehr hoher Produktivität und muss mich jetzt wirklich gut konzentrieren, dann wird das Notizbuch zur Seite geräumt und es kommt diese Vorlage immer noch zum Einsatz. Das Ganze gibt es schon relativ lang. Da unten steht 2011 drauf. Heißt, wie gesagt, die Emerging Task Planer und findest du unter davidssheer.com, also d-a-v-i-d-s-e-a-h.com. Wie gesagt, den Link stelle ich dir auch in die Show Notes. Aber das ist ein recht brauchbares Ding, das dir einfach auch klar macht, wie du oftmals mit deiner Zeit umgehst. Das heißt, mit dieser Methode kannst du dich ein bisschen anhalten. Für mich funktioniert es recht gut. Du musst dir natürlich immer überlegen, was passt für dich gut dazu. Also immer tatsächlich das mit bunten Farben und so weiter ist nicht für jeden was. Mich nervt es dann auch ab und zu, wenn ich dann die Dinge wieder anmalen muss, damit ich irgendwie eine Übersicht kriege. Auf der anderen Seite schärft es natürlich den Blick und ich merke, wenn ich da konsequenter dahinter bin, dass ich einfach besser zurande komme. Und was wichtig ist, meiner Meinung nach, ist tatsächlich, sich am Abend dann hinzusetzen und zu überlegen, was hat gut funktioniert an dem Plan, wie, welche Aufgaben, waren die Aufgaben, die ich mir als wichtig hingeschrieben habe, wirklich wichtig, wo habe ich mich verschätzt, warum habe ich mich verschätzt, was sind die Dinge, die irgendwie Einfluss auf meinen Timebox-Plan genommen haben, die ich in der Früh irgendwie noch nicht gesehen habe, um einfach besser planen zu können und auch mit der Zeit da ein bisschen resilienter zu werden. Und was ich auch für mich einfach draufgekommen bin über diese Techniken ist, wann sind denn so meine Energie-Level? Weil bei mir ist es tatsächlich so, ich kann am Vormittag sehr gut und intensiv durcharbeiten, kann nach dem Mittagessen auch nur einmal ein, zwei Stunden gut antauchen. Selbst wenn ich Pausen einplane und die auch mache, ändert sich tatsächlich am Energie-Level relativ wenig, egal ob ich Pausen mache oder nicht. Aber am Nachmittag komme ich einfach in ein Tief, wo jetzt konzentriertes Arbeiten nicht mehr so gut funktioniert, wo es dann eher die kreativen Aufgaben sind, wo es dann eher die Recherche-Aufgaben sind, wo es dann eher einmal das informelle Telefonat mit einem Geschäftspartner ist, das da von der Energie her besser dazu passt. Und sowas plane ich mir mit Timeboxing natürlich dann auch ein. Wenn das auf Dauer natürlich für dich funktioniert, kannst du natürlich deine Timeboxen mit fixen Blöcken auch im Kalender, also bei mir ist es dann der Google-Kalender, Vorplanen, wo ich einfach jetzt fixe Zeiten für bestimmte Themen drinnen habe, wo ich einfach weiß, die müssen immer wieder passieren. Und da ist im Wochenverlauf einfach klar, ich arbeite am Mittwochnachmittag an diesen und jenen Themen. Und das holt dir natürlich dann so ein bisschen auch die Zettelwirtschaft wieder ein bisschen am Boden zurück, weil bei mir ist es immer so ein Hybrid aus digitalen Arbeiten und analogen Arbeiten. Ja, du kannst diese Dinge natürlich auch nutzen, um persönlich zu wachsen, weil du natürlich auch klar kriegst, komme ich über das, wie ich meine Prioritäten setze, meinen Zielen näher. Aber ich arbeite eigentlich gerade an den richtigen Dingen. Das ist ja gerade für Selbstständige nicht immer klar. Natürlich haben wir Kundenprojekte, natürlich arbeiten wir an Dingen, die uns irgendwie Einkommen bringen. Aber gerade wenn ich an solche Dinge wie Jahresplanungen oder drei, fünf, sieben Jahrespläne denke, geht es ja auch immer wieder darum zu checken, sind wir am richtigen Weg. Und da kann da dann schon auf Basis der Ergebnisse von einer Woche, üblicherweise reflektiere ich es dann so im Wochenrückblick, wie gut ist mir das gelaufen und suche mir dann eben meine Aufzeichnungen und siehe dann schon auch, okay, verliere ich da möglicherweise gerade irgendwo den Fokus oder kümmere ich mich zu wenig um Dinge, die ich mir eigentlich vorgenommen habe. Und so hast du da auch für dich selbst ein bisschen eine Kontrollinstanz, wie du eben diese Dinge für dich nutzen kannst. Wie gesagt, für mich eine gute Möglichkeit, wichtig aus meiner Sicht einfach darauf zu achten, nicht nur jetzt auf die reinen Business-Themen zu gehen, sondern halt auch die Lebensbereiche, die wichtig sind, sowas wie Gesundheit, sowas wie Lernen, sowas wie Freizeit, wie Routinen für dich, da auch mit einzudenken. Auch das kann dir natürlich helfen, weil wenn du weißt, okay, ich habe jeden dritten Tag irgendwie vier Kästchen, auch 15 Minuten für das Thema Sport im Plan stehen, dann wird das halt woanders möglicherweise eben nicht zur Verfügung stehen und das ist halt dann die Frage des Prioritätensetzens, die du auf die Art und Weise relativ einfach eben visualisieren kannst. Ja, Timeboxing, in Wirklichkeit nichts anderes, wie sich überlegen, wann arbeite ich an was, wie lange. Das Ganze kann man eben, wie gesagt, strukturiert auch mit solchen Vorlagen relativ gut abarbeiten. Ich hoffe, es hat ein bisschen einen Einblick gegeben, vor allem das Ding, diese Vorlage würde ich mir an deiner Stelle mal anschauen. Wie gesagt, hier auf YouTube findest du es direkt in der Videobeschreibung, Spotify und Co. in den Show Notes. Wenn du hier auf YouTube zugeschaut hast, dann würde es mich natürlich gefreien, wenn du ein Abo dalässt, Spotify und Apple. Schade das natürlich nie, wenn du auch das eine oder andere Sterndl den Weg zu mir findet. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Alles Liebe! Danke fürs Zuhören! Besuch uns für mehr Tipps zu Work-Life-Balance, Self-Care, Ernährung und Bewegung auf www.businessofbalance.com Falls dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns riesig über eine 5-Sterne-Bewertung auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Bis zum nächsten Mal beim Business of Balance Podcast. 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 Business of Balance Podcast.